Hallo, mein Name ist Arjen Aslani, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele in der Abwehr und im Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine sind TUS Freiberg und FSV Weiblingen und 1. FC Kaiserslautern. Mein Vorbild ist Messi, ich spiele im FIFA immer Paris. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln, Ziele mit der Mannschaft ist so weit wie möglich zu kommen.